So, es ist eine 00xd1 wieder am Start und wir spielen heute ein Spiel, ein Flash Game, ein Browser Game. Ja, das ist ein Psychospiel, möchte ich gleich vorab sagen. Wenn jemand kein Blut sehen kann oder nicht viel Blut sehen kann, sollte er das Video nicht zu Ende gucken. Ich möchte vorwarnen, das Spiel ist richtig Psycho-Game, ich kenne es selber nur ganz wenig davon. Ich möchte es mit euch zusammen entdecken und ja, ich würde vorab sagen, ich habe so eine Meinung gehört, Leute, die solche Spiele spielen, sind psychisch gestört. Ich bin nicht psychisch gestört, nur weil ich jetzt solche Spiele spiele, ich finde es einfach nur lustig. Und ich würde sagen, seid gespannt drauf, viel Spaß damit und ab ins Spiel. So, es geht los mit rockyourboss.com. Hier ist nochmal Werbung für die komische Seite. Ich habe versucht, da raufzukommen, die gibt es aber irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Es geht darum, man muss seinen Boss töten. 17, ja, sagen wir mal, Tode gibt es. Und wir werden versuchen jetzt mal, so ein paar Tode zu finden. Hier sieht man schon so, ja, mit einem Tacker kann man... Was, alles nochmal machen? Du kannst nicht alles richtig machen. Oh, ich muss dich auch wieder aufrufen. Du bist einfach nicht aufrufen. So, das kann nicht so verseucht bleiben, deswegen gibt es einen Cleaner, der kommt, räumt auf und der Boss kommt von neu hin und sagt immer das gleiche. Das hören wir uns jetzt auch alles nicht nochmal ein paar tausendmal an. Äh, ja, was nehmen wir denn als nächstes? Also, Freustar. Oh geil, wir können Stuhl nehmen. Okay. Okay, jetzt meditiert er. Okay. Also, ich muss dazu sagen, ich kenne da vielleicht zwei oder drei Tote, es gibt ja 17 hier. Ähm, was kann man noch? Ah, das kann man noch? Wrong, wrong, wrong. Tasse. Es kommt zu meiner Meinung, dass du nicht aufrufen kannst. Genial. 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 Hohoho, you're heavy! Alter, scheiße! Genial. Äh, das ist schon heftig, ja? Was, das? Nein, 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 nein. Ich habe die Türkei-Klasse. Nein, 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 nein. falsch, 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 falsch. Was kann ich damit machen? Gar nichts. Es hat zu meiner Meinung, dass du nicht aufrufen kannst. Du musst da. E-pisch! Es ist nur noch, dass er drauf tretet. Und das macht er ja sogar noch echt? Ahehohohohoh! He-he-hee-hee! Alter! Okay, Glieder! Schön, danke! Kann ich hier sonst noch aussehen? Ah! Wasserspetter! Was? Ah, der Stift! Dein Projekt muss komplett wiederverteilt werden! Oh, jetzt ist es kaputt! Arschloch! Okay! No, when! Alles klar! Oh! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Das ganze Zimmer blutfeuer schmerzt hier! Oh, scheiße! Das ganze Zimmer! Boah! 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 Übelst! No, 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 no! Wrong, wrong, wrong! Schublade! Schublade! Have you lost your mind? Interrupting me in the middle of a sentence! Okay! Okay! I ask for synergy and you give me... What's that? That file shouldn't be there! You did it wrong! Again! Was? Ich hab das nicht falsch gemacht! Nein! How many of your files are wrong? This one's wrong! This one too! Was? Wrong! Wrong! Okay, und jetzt? Hallo? Ah, nochmal draufdrücken! Alles falsch! Hahaha! Joaah! Joaah! Heavy, Alter! Hahaha! Alter, mir tun nur die Dings... die Moppenleid, die dem Blut jetzt schwimmen dürfen! No when! No when! Hahaha! Also volles Psycho-Game! Wir haben erst 8 von 17, hier oben sieht man's! No, 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 no! Geil Tasse! Hahaha! Klar, und weiterarbeiten! Das ist doch episch! Hammer! No, 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 no! Daher nur mal'n Tacker! Joaah! Getackert! Geile Musik! Geil Tasse! Also dazu könnte ich grad tanzen! Okay, 10, 7 fehlen uns noch! Das hatten wir schon, glaub ich! No, 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 no! Hier haben wir ne Ständer! Hoppala! Okay! Kurz und schmerzlos! Hahaha! No when! No! Alter! Also wie krank muss man sein, um so ein Spiel zu entwickeln! Das hatten wir schon! No, 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 no! Nehmen wir mal die Schere! Alter! Boah! Das ist doch heavy, Alter! Hahaha! Scheiße! Scheiße! Alter! Das ganze Zimmer voll! Das ganze Zimmer voll! Das ganze Zimmer voll! Ah, Kleiner hier! Kage! Stuhl hatten wir schon, ne? Falls hatten wir auch schon... Ach, Wand! Okay! 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 No! 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 Alter! Okay! Machete Schläge rein! um erhältlich wird er auch wenn jetzt der größte Teil ist da irgendwo hinten im Verborgenen lag also ist man sieht die Auswirkungen sowas passiert bei anderen gemessenen Lohn und naun 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 braun da kommt diese Grenze der nachfolge aufgeregt haben er okay Hahaha, Alter! Heavy shit! Also 14 von 7! Uns fehlen noch 3! No when. Was gibt's denn eigentlich sonst noch hier? Wand hatten wir schon. Schade. Wrong, wrong, wrong. Und wie hatten wir? Es kam zu meiner Meinung, dass du nicht aufs Messer bist. Ach, der Stift war noch drauf. Okay. Joa. Von hinten. Okay. Okay. Gnadenlos halt. Joa. Scheiße. Haben wir. Ja, schon glaub ich. Wrong, wrong, wrong. Was gibt's denn sonst noch als du das? Ach, den da! Einer auf die Eier. Einer in der Face. Okay. Okay. 16 von 7 haben wir. No, 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 no. Wrong, wrong, wrong. Äh, 16 von 17. Ich glaub der fehlt uns noch. Wie kann man den da, wie kann man den benutzen oder? Also ich glaub sonst haben wir eigentlich alles. Oh, I'm gonna have to write you up again too. Oh, I'm gonna have to write you up again too. You're just not measuring up. You're just not measuring up. That's three more Demerits this week. Also. Also. Ähm. Heavy heavy. 10% across the board. Den hatten wir schon. Den hatten wir auch. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ich werd, ähm. Damades hier beenden. Mit einem kurzen und schnellen Tod. Wenn ihr mir hier noch einem Spiele zuzuschicken habt. Dann, ähm. Nur zu. Wenn ihr, ich mein, Vorschläge, Spiele, Links. Ähm. Als Kommentare. Oder gerne auch als Pern. Ähm. Ich werd gucken, was ich, was ich mich drum kümmern kann. Also auch gerne so Schockgames wie das hier. Und, äh. Mit einem grandiosen End. Was ich richtig geil finde. Let's last kill, okay? Heavy.